So, der ein oder andere hat sich vielleicht schon gefragt, was jetzt die Tage los war. Ich hatte einfach ein bisschen Stress privat und deswegen bin ich nicht dazu gekommen, irgendwas aufzunehmen, so, als allererstes mal einen Eisenbahn, eine Steinspitzhacke. Oh, wir haben da noch ein bisschen Eisen im Inventar. Ja, jetzt machen wir uns mal eine Schaufel. So. Und wir werden mal gucken. Hätte ich hier was reingepackt? Nö. Ähm, wo ist unser Keller? Hier. So, wir gehen mal ganz stur in diese Richtung. Ähm, ja. Ähm, was ich vorhabe ist, vielleicht, okay, und. Halt. Ähm. So, zack, 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 zack. Erstmal nach hier unten. Habe ich meine Angel? Jawohl, die haben wir hier. Ähm, ja. Hm. Wir sind von hier hinten gekommen, nicht? Das bedeutet, wir werden uns, hm. Lass uns mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh, ich mache jetzt einfach mal auf Verdacht. Hier durch, und ich habe keine Fackeln mehr. Na, sowas Dummes aber auch. 20 Fackeln, die Axt erstmal weg. Das habe ich befeuchtet. Ähm. Dass diese Verbindung nicht so gut sein wird. Das bedeutet, ähm, Sand. Halt. Den Sand, da kommen wir mal hier hin. Ähm. Hm. So. Ähm. Oh, wir sollten uns mal schlafen belegen. Dann machen wir uns noch ein paar Stufen. Zack, zack, zack. So. 6. Okay, 36. Neue Rezepte verfügbar. Egal. Ähm. Ach, ich bin da so ein Fallhirny. Okay. Okay. Was ich haben will, ist geschnittener Sandstein. Geschnittener Sandstein. Zack. Zack, 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 zack. Ja. Ja, halt doch die Pusche. So. Achte noch. Das wird wohl doch noch ein bisschen länger andauern das Projekt. So, geschnittener Sandstein, zack. So. Wollte ich die Wand hier? Jawoll. Die wollte ich doch. Zack, zack, zack. Zack, zack. So. Ähm. Ähm, ja. Wir sollten doch mal langsam wieder zurückgehen. Gut. Gern. Zack, zack. So. Zack, zack, zack. Wenn die Spritzack ist, wird's kaputt. Dann können wir uns gleich noch neuer machen. und wir werden okay das war's so machen wir uns mal fix eine neue so und zwar eine aus eisen so dann brauchen wir auf jeden fall noch wir schnitten der sandstein stufen nicht diese groben ich jetzt habe ich hoffe mal dass ich das irgendwie wieder zurück machen kriege beziehungsweise anders hinkriege die steinsäge okay daraus lässt sich nichts machen so wir gucken was kinder den meißelter sandstein 16 1 Gemeißelter Sandstein, geschnittener Sand, Sandstein, vier, egal, so, Sand, äh, Sandstein, zack, ähm, was haben wir da, Stufen, haben wir schon, vier, daraus können wir nix machen, heißt also, das kommt in unsere dumme Kiste hier, mit dem ganzen Müll, hier haben wir nochmal Sandstein, nochmal glatten, so, zack, Sandstein, Stufen, ähm, und wir latschen nochmal fix zurück, bauen dort nochmal ein kleines bisschen, auf jeden Fall müssen wir die Kiste und den ganzen Kram nochmal ein bisschen, äh, rücken, so, jetzt kommt, ja, Boden, ja, so, zack, 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 ähm, ja, das Problem, wie gesagt, war, waren die Ressourcen, und jetzt geht's erst einmal weiter hier, äh, ja, die Fackeln, oh, zu Ende, schon zu Ende, na, sowas, zack, 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 zack Okay, das war zu weit Den glatten Sandstein Da hin So, genau So Natürlich könnten wir auch So, das anders machen Aber da habe ich jetzt So gar keine Lust dazu Ich denke mal, wir sollten das schon Als Sandstein lassen In seinen Variationen Zack, so Ist das hier glatter Sandstein? Ja, kann man so durchgehen lassen, oder? Bruchstein Bruchstein Die Steinziegelstufe So, das wird ja verdeckt Dann durch den Sandstein, nicht? Das kommt hier hin Zack, so Ähm, es wird schon wieder dunkel So was Aber schon wieder einen Tag weg in Minecraft Nun ja Das geht ja doch schneller als gedacht heute Ähm, wir gehen nochmal ganz fix zurück So, da wir aber Jetzt das nicht Gebacken kriegen Werden wir wohl oder übel So Jetzt machen wir Einfach Zack Drei mal Sand Kommt da hin Sandstein So Ich will jetzt Die Umrandung Fertigmachen Ich denke mal Das solltet gehen Und dann im Anschluss Ertrübenes Fichte Werden wir Noch mal ein bisschen Auf Abenteuer gehen Zack, 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 zack Wie gesagt Dass Diese Umrandung Hier Erst Muss noch fertig werden Zack, 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 zack So So Zack, 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 zack So Ja Ich habe hier Vier solche Stufen So Ich die hier unten Zack Ach Gämliche Höhlenwarnung Wo gibt es denn Sowas Eins Zwei So Jetzt natürlich Noch die Frage Wo kommt das Hier hin Zack Ähm Ja So 46 Haben wir noch Die werden Wir mal noch Ganz fix Irgendwie Die verbauen So Wir werden mal ganz So Zack So Gehen wir mal noch Zack, zack Zack Hier hinten Da müssen wir auf jeden Fall Noch mal was machen Zack, 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 zack So Und damit hätten wir Dann Schon Relativ Viel geschafft Viel geschafft Zack Zack Okay Und das war's Naja Also die Wände Nehmen langsam Steinschwert Naja Feuerzeug Feuerzeug Schwarzpulver Brauchen wir jetzt Eigentlich Nicht Jurid Bruchstein Nehmen wir mal mit Und wir Werden mal unsere Angel auswerfen Weil der Fortschritt Ist uns ja Durch das Update Doch verloren Gegangen Dummerweise Und Ich überlege Jetzt noch Ob wir Jetzt Diese Hütte Dann Irgendwann Hier Abreißen Stinkende Zombies Dämlichen Stinkomaten Wo seid ihr Ich höre euch doch Rumstinken Ja Wie gesagt Wir Oh Sollte bloß Einmal auswerfen Der Angel Mal sehen Was wir hier So fangen Heute Und ich brauche Auf jeden Fall Nochmal Etwas Ton Na Wir Wenig Ein paar Essen Die haben Angst Die Fische Habe ich Das Gefühl Sag mal Wieso Wollen Die Dämlichen Fische Nicht Einbeißen Also Ich kriege Irgendwie Gar Keinen Fang Gerade Also Das ist Schon Ein bisschen Komisch Komisch Das nichts Anbeißt Irgendwie Ist das Nicht Normal Das scheint Doch Zu Gehen Das ging Doch Los Mal gucken Hier Irgendwas Das ist Ist doch Ja Faul Jetzt 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 Hat es Geklappt Jetzt Hat es Geklappt Jetzt Haben wir Einen Kugelfisch Lecker Also Jedenfalls Nicht Nochmal Einen Kugelfisch Essen Mal sehen Was macht Die sonne Es Mal weg Gleich Schlafenszeit Und Damit Wäre Dann Die Folge Erstmal Verendet Na los Weiß Doch Andu Dober Fisch Ich Hab Hunger Willst Du Nicht Leck Mich Doch Deine Nicht Deine Nicht Dann Bleibt Dann Bleibt Halt So Ne Quatsch Das Ist Blöd Fug Ähm Bruchstein 3 2 3 3 Mal Kohle Sind 24 Ja Ja 13 34 64 64 Wir sortieren Das mal In der Zwischenzeit Bisschen Noch Lecker Kugelfisch Jam 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 Ich Nicht Irgendwo Steine Kies Kies Sand Kommt Da Oben Hin Auf jeden Fall Wollen wir noch Ein paar Treppen Eins Zwei Drei Soll es erst mal gewesen sein Ich habe jetzt Erfahrung gekriegt Gut Also lassen wir mal noch fix Burchbraten Und dann Ähm Mache ich für Diesen Fall Schluss Und im Anschluss Gehen wir mal Noch Bisschen In Diese Richtung Hier hinten Nochmal Abenteuern Stein Erde Eimer Wallierter Jurid Den Kann Ich Weiß Und Wolle Äh Den Packe Ich Mal Dort Mit Rein Ein Ja Überlegung ist auch noch Ob ich Dann Nochmal Streaming Diese Woche Weil das Ja am Wochenende Doch Ausgefallen Dummerweise Und Jetzt Werde ich Ein Los Ja Also Irgendwie Mit der Angel Das scheint Irgendwie Lange Zu Dauern Jetzt Habe Ich Das Gefühl Also Das Ist Nicht So Dass Ich Sage Okay Das ist Gut So Wir Könnten Natürlich Auch Hinter Uns Nochmal Ähm Uns Bisschen Zwei Kohlen Gehen Und Zwar Ähm Noch Etwas Granit Habe Habe Ich Ja Auf Jeden Fall Noch Bock Trauf Aber Vorher Gehe Ich Erst Nochmal Schlafen Weil Hier Sind Gerade Keine Monster Unterwegs Und Damit Ist Jetzt Erst Einmal Fix Vorbei Bis Gleich B B B B B